Oh! Er rand weg! Was? Was war das? Was hast du gemacht? Ich bin nur ins Wasser gesprungen! Oh mein Gott! Was ist passiert? Naja, dein Boot ist explodiert. Wieso? Oh! Keine Ahnung, ich habe nur gesehen, dass du reingesprungen und dann... Buh! Oh! So, aussteigen aus dem Fahrzeug! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe noch die Magazine, kein Problem Wo bist du hin? Hier? Ja Ich sehe jetzt nichts Ah, da ist keiner Nur zum Ölhändler Wo ist denn der Ölhändler? Ah, da Ey, warte mal Überfallen? Jo Oder? Äh, machen wir jetzt Nein Anhalten, anhalten Okay Aussteigen Komm rein Jo Gut, eine Verfolgung Irgendwo links rein Ja, oder fährt der da vorne noch? Ja, der fährt da vorne noch Ich habe gedacht, der wäre hier links rein Ach fuck, der fährt hier ziemlich nah an die Polizeikontrolle ran Ja, ist egal Ja, ist egal Unterdessen halten wir ihn an Schieß am besten vorne Durch das Dingstück Du kannst durch das Cockpit durch Jo Dann müssen wir aber neben ihm fahren Aber jetzt ziel schon mal vorne auf der Fahrerkoppel Und versuch von hinten Durch die Kisten durchzuschießen Versuch mal die Reifen wegzumachen Oh, ich hasse es beim Fahrern zu schießen Fuck Es ist echt schwer Beim Fahrern zu schießen Irgendwo auf dieser Eubringstraße Und wir kommen jetzt echt nah an die Polizeikontrolle ran Nur jetzt war ich noch mal links von hier Zieh nach rechts Ja Wo läuft Jetzt Fahrerkopf Wo ist er denn jetzt? Boah Boah Boah, Alter, was die singt eh hier rum Ja Okay, wir legen uns mal, die werden nicht mit dir nur Na, andere ist jetzt Das ist wegge-deasing, ne? Ja Ja Das ist ein Kollege, wieviel Schuss hast du noch? Ähm, wir haben noch drei Magazine Und einen im Lauf Da fahren wir viele, oder? Das ist auch ein G-Friend Na, geil Allgemeine Diamanten gedünnt, äh Sind da die ganzen Summers? Äh, was? Noch mal? Ich kann noch alles bei stehen Warten Sie mal kurz Was haben Sie gesagt? Ja, komm, jetzt hopp, hopp, hier Ja, kein Stress, das gehört alles zur Show Okay Äh, okay Ja, durfte ich mal kurz den Personalausweis sehen Digga Die haben hier gerade alle NGK-Leute hingerichtet Alles klar, sie dürfen weitermachen Fühlt Spaß? Nee Okay Okay Die AE Die haben die alle auf eine Reihe aufgestellt und dann abgeschossen Ernsthaft? Ich verstehe den Grund, aber... WTF, warum haben die die NGK-Leute hingerichtet? Keine Ahnung Es stehen hier, keine Ahnung, wie viele Summers rum Sieht schon ein bisschen böse aus, oder? Ja, da kann ich die vorhin alles losfahren, weil wir gefahren Okay 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 Ja, ich kann mal eine screenshot fahren Ich kann mal eine screenshot fahren Ich kann mal eine screenshot fahren Ich hab doch Aufnahme. Ach so. Wie viele AE-Leute sind da? Es war an Elfrit. Ich glaub an die drei. Aber die sind jetzt weg. Wo bist du gerade? Gerade in der Tera. Ey! Ich werd beschossen. Wer schießt da? Fuck, ich werd beschossen. Dann verpiss ich da schon. Ey, der schießt halt direkt auf meinen... Was macht ihr? Hallo? Alter, wo ist der? Äh, ist der AP überhaupt eröffnet? Ich hab keine Ahnung. Ich wurde ohne Grund beschossen. Seid ihr da, oder bin ich genütet? Keine Sorge, wir hören dich. Ja, was macht ihr gerade? Na, er fangt gerade Diamanten um und wird beschossen. Ja, man... Mine? Verarbeiter, oder wo? Mine. Nee, Mine. Alles klar. Dann kommen wir zu Hilfe. Komm. Da wurden nämlich gerade MGK-Leute in mir gerichtet. what ist das? ein slowy und das ist weg. Warte mal. Welcher Chipie war das? User entered your channel. Was war denn das? User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Hallo, sorry, bitte? Was war denn das gerade eine Asi-Aktion von euch, ihr Opfer? Was für eine Asi-Aktion? Es gibt sowas wie Kampfzone nicht. Ich habe nichts mit der AI zu tun, ihr habt keine Ansage gemacht und nicht abgeschossen. User left your channel. User joined your channel. Und rede kein Shit, ich habe Videobeweis. Warte mal, ich bin gerade erst gekommen, ich habe überhaupt keine Ahnung was passiert ist, also... Du redest da mit dem Falschen. Aber ich kann es ihm gerne weiterleiten, dass er nachher zu dir kommt. Ja, nein, vielleicht. Ja, ich suche nur... Der Garler. Weißt du, was die Strafe für RDM ist? Nein. Gut. Dann verpresse ich die mal. User was moved out of your channel. You were moved. Ich dachte, es gab einen Überfall einer Diamantenmine. Das hat jetzt nicht mitbekommen. Ja. Richtig. Überfall. Wir haben uns angekündigt bei AE, weil wir nur wussten, dass AE da war. Dann gab es ein Feuergefecht. Ihr habt Schüsse gehört. Ihr habt auch geschossen. Es gab keine Schüsse von mir. Ich war alleine da. Hab nur Diamanten gefahren. Die AE war schon längst weg. Und ihr fängt an auf mich zu schießen. Es sind Schüsse gefallen. Als ich angekommen bin, waren nie Schüsse. Die haben nur die Typen eingerichtet. Gala, mach Hände hoch, mach Hände hoch. Es wurden Leute in der Diamanten erschossen. Ja, und die Typen mit den Waffen sind weggefahren. Ja. Wir haben uns eingekündigt, weil das Ding soll. Ich habe nie eine Ankündigung gekriegt. Und da noch geschossen wird, dann ist es halt. Es wurde nicht geschossen. Die wurden nur hingerichtet. Ja, hingerichtet ist geschossen. Ja, aber es war... Eine Kampfzone. Ist trotzdem... Können wir das gleich kurz klären? Wir sind hier noch nicht im Gebiet. Ja, wir klären das gleiche, nicht so ausführlich. So, ausstellen. rum... Er guckt, er guckt. Der ist unbewaffnet. So. Moin, Kollege. Hallo. Moin. Muss das jetzt sein, ich muss mir gerade schon Geld dafür leihen. Ja, da tut uns leid, den Rest kannst du haben. Nein, wirklich, wir müssen mir gerade so viel dafür leihen. Ja, tschüss, schönen Tag. Ein bisschen kann er ja noch ran, der arme Schlucker. Wenn der jetzt kommt. Ey, überhaupt überfallen. Wir haben gerade überfallen beim Öl-Öl-Dings hier. Was ist das nochmal? Öl? Heller? Ja. Öl-Händer überfallen. Äh, geht's, wenn ich in den TSG-Müß bin und wenn was ist, schubst du mich an oder so? Und verfolgt er uns. Kann ich mein Geld bitte wiederhaben? Ey, komm rein. Komm rein. Das war's eigentlich was ich hab, kann ich das bitte wiederhaben? Ja, ja, tschüss, schönen Tag noch. Ja, warum kann ich das bitte wiederhaben? Der kann gar nichts wiederhaben. Oh, soll ich dem eins geben? Ich kann's ja ins Auto legen. Warte mal. Das ist wie der, ähm, NGK oder wie das heißt. Ey, das ist der wieder! Ja, der ist gerade. Der hat einen Überfall gemacht. Hä? Wollen wir die auch überfallen? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Wo ist denn der nächste Ort, wo man Night Vision kaufen kann? Wir müssen doch mal nach Kübraus. Ah, der Typ mit dem Tanklaster kommt. Wieder. Der verfolgt uns, verdammt! Ist der ja? Ja, der verfolgt uns! Ist das der Typ? Ja, das ist der Tanklaster, der verfolgt uns gerade. Scheiß! Ich hab ein bisschen Geld wieder in den Strichern. Aber, ich glaub, der registriert nicht, dass er das einfach nicht wieder bekommt. Guck mal, der Typ, ne, der hat ja auch gesagt, er hat schon Geld dafür bezahlt, dass er, äh, in Ruhe Dings macht. Ne, 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 der hat, ähm, vor dem Restart hat er darum gebettelt, dass er Geld kriegt, weil er nicht genug Geld hatte, um den Truck überhaupt auszuparken. Deal war das? Ja. Ja. Und vorher hat er dann auch noch Geld bezahlt, dass er, äh, auch in Ruhe farben darf. Oh, das ist ein richtig armer Stocke, der tut mir jetzt richtig leid, aber der braucht auch Geld. Weil, ECMUS, wenn wir das nächste Mal einen Banküberfall machen, die Leute wahrscheinlich wieder ergriffen, weil keiner Geld hat. Zum Knacken haben wir keine Zeit, dann sind die Kops nämlich wieder da. Ja, und wenn wir die töten, dann dürfen wir die nicht mal mehr verkaufen, also lohnt sich's nicht. Ich hör Autos. Der Heli wieder. Ne, was? Aber auch ein Laster. Ja, zusammen. Oder? Hemd. Hemd. Oh, der hat sogar Leute drauf. Mö, das ist der von vorhin. Wie viele? Sind die bewaffnet? Ich seh's nicht. Naja, der Heli ist bewaffnet. Könnte die Schutzgarde sein. Warum ist ein Hemd an mir vorbeigekommen? Da ist ein Kopf. Im Heli. Ja, der läuft Richtung Bauruine. Ja. Ja. Loser. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht. Ich hab nicht nur das Licht aus. Ich habe nur diese Baustelle da vorne. Ja gut, das sieht schon nicht so schön aus. Also es war so, ich war mit meinem Kumpel so unterwegs und wir haben mächtig einen gesoffen. Dann wache ich mitten in der Pampa auf und stapfe hier durch die Pampa. Dann fände ich so dieses Haus hier und ich fände in diesem hübschen Garten. Keine Ahnung, ist es nicht weit weg vom Strand? Ja, weil uns vielleicht war das auch eine Fehlmeldung, das kann ja auch sein. Weil uns wurde halt mitgeteilt, dass eure... Ich muss eine Liddebert hören. Eure Noobs at Work, wisst ihr, oder? Dass ihr, ähm... Die, ähm... Wurde, hast du festgelegt? Nee, warte. Ich weiß nicht, dass ihr die überfallen wollt. Hm, nee. Und wegen dem... Ja, sind sie hier. Okay. Was soll ich mit Zement anfangen? Wie bitte? Was soll ich denn mit Zement anfangen? Ja, stimmt. Ja, vielleicht mit dem Geld, also... Mit dem Zement kann man jetzt nicht viel machen, aber vielleicht mit dem Geld... Ich glaube, mit Cannabis könnte ich viel mehr anfangen. Schöne Partys... Whirlpool, Bitches und so... Ja... So eine Party, ja schon... Ah, gut, also wenn das nicht der Fall ist, dann lasse ich sie hier mal... weiter den Boden betrachten. Okay. Wenn ich ver... Auch gut. Da bin ich mal nach dem Bild. Okay. Tschüss. Ich werde in Ruhe gelassen. Ich glaube, da da dran lag, dass er... äh... Internet-Verbindungen wie ein Stein hatte. Okay. Im Nachhinein muss ich sagen, ihr Pilot... Ja, ja. Ist echt gut geflogen. Besser als der damals. Wo haben die ich eigentlich jetzt hingebracht? Äh... Atira Polizeistation. Magi, und wo fahren wir jetzt hin? Holen ihn ab. Ich bin schon auf dem Weg nach Atira. Das Gute ist... Ich hätte da eigentlich mehr bezahlen müssen, ja. Wegen, äh... Raub, weil ich den einen Typen heute... über 400.000 gestohlen habe. Wollen sie Diamanten haben? Und dann sagst du, du hast kein Geld, Magi. Nein, nein, passt. Das passt ja wieder. Ja. So, also... Sie stehen auf der Fahrnungsliste wegen Autodien. Können Sie sich dazu eisen? Kennen Sie das, wenn Sie nach Hause kommen und merken, dass Sie Ihren Schlüssel drin liegen lassen haben? So eine Situation war das. Ja. Okay. Und dann mussten Sie das Auto aufknapschen oder irgendwie? Ja, irgendwie muss ich doch an die Schlüssel im Auto dran kommen. Aber war es denn Ihr Auto oder war es denn ein Fahrzeug von Ihrem Kumpel? Ich auto von dem Kumpel. Er hat gesagt, ich soll es abholen, aber der hat mir vergessen, seine Ersatzschlüssel zu geben. Und dann lagen die Schlüssel im Auto drinnen und ich musste irgendwie rankommen. Ja, okay. Also, irgendwie die Geschichte. Ja gut, wenn das so ist, dann lasse ich sie laufen. Ist ja nichts Schlimmes, wenn die das so sagen, glaube ich Ihnen das noch. Lass ich jetzt wieder frei. Achso, übrigens, die Waffen, haben die da einen Waffenschein? Ja, ich habe einen Waffenschein. Okay. Dann überprüfe ich. Ja, was ich darf. Ähm. Ja. Ja. Ja, ist alles noch. Wir können wirklich gehen. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Wollen Sie noch einen Kaffee? Einen Donut? Nee, nee. Ich gehe dann nachher nochmal mit den Kumpelsen trinken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dann wünsche ich. Ja, da. Genau. Geschafft. Na. Ich habe dich... Ja. Kommse. Ich nehme mal einen Strafzettel jetzt zurück. Das ist doch so geil. Ich bin der Händler. Ich bin der Händler. Du sagst wann wir zugreifen, okay? Ja? Ist er beim Händler? Ja, jetzt gerade noch. Wie spielt Arma? Ja. Komm, 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 schreibe bevor er wieder einsteigt. Verkauf mal. Welcher Server? Seht los. Oh, wat, wat? Hey, Digga, stehen bleiben, Überfall. Stehen bleiben. Wies auf ihn, wenn er nicht hört. Ich will ja auch einfach nicht stehen bleiben. Hast du den rausgeschossen? Ah, nee, der Typ, der eine ist eingestiegen, ist sofort weggefahren. Sein Kollege, der hat das nicht mal reingeschafft in den LKW. Aber er hat noch einen Werkzeugkasten für mich. Oh, das ist schön. Böse Alec. Böse Alec. Böse Alec. Ja. Das war's ja schon. D arriveder options. Vielen Dank.